Laetitia von Spanien, hier sorgt für pure Frühlingsstimmung. Dass Königin Laetitia von Spanien, 50, ein Händchen für Mode besitzt, hat sie schon zahlreiche Male bewiesen. Vor allem in Sachen Frühlingsmode kann man sich bei der Ehefrau von König Philippe wie Komma, 55, Inspiration holen, so etwa bei ihrem jüngsten Auftritt in Madrid. In der spanischen Hauptstadt besuchte die Königin am Donnerstag eine militärische Abschlusszeremonie und war dabei zwischen khaki-farbenen Militäruniformen der strahlende Hingucker. Es ist zu Recht einer ihrer Lieblingsfarben, in einer kompakten Rosatwedjacke. Die pure Frühlingsstimmung auf den Luftwaffenstützpunkt Cuatro Ventos in Madrid bringt. Nimmt die 50-Jährige an der Jubiläumsfeier der ersten medizinischen Flugzeugevakuierung in Spanien teil. Für den Termin wählt sie zusätzlich eine fließende Marlenehose in weiß, beide Teile stammen vom spanischen Model-Label Mierta. Doch damit nicht genug. Auch bei den Accessoires setzt die Spanierin auf Designer, innen aus ihrem Heimatland. Cremefarbene Slingbackpumps von Martinelli sowie eine knallpinke Tasche von Ponscuintana. Beides ebenfalls spanische Marken, runden ihre Nationallook ab, ein schlichter Goldring sowie ihre aufgeföhnten Haare. Die Letizia locker auf die rechte Schulter gelegt hat, machen den frühlingshaften Look der Königin letztendlich komplett.